Ja, die Foschingsbilder Dünnelkamp bedankt sich beim Musikverein Auraak für die Nominierung für die Cold Water Challenge. Die haben gesagt, wir nehmen sie natürlich an, die Herausforderung. Wir haben halt auch Probleme, wir sind eiskalt erwischt worden und sind halt nur im Fosching im Einsatz. Und deswegen versuchen wir Schlagzeuger für zwei, dass wir unseren Hals aus der Schlink ziehen und das besser auch machen. Warte erst, ich komm schon! Okay, das schaut schon an, jetzt haben wir schon einen geladenen Tisten. Wenn ich die Runde schaue, sind die Schlagzeuger doppelt. Ich stehe kurz zum Morgen, bin ich unter der Pialo. Natürlich werden wir keine Schufaschbesiegsreiterstücke zum Wesen bringen. Alles mit uns? Kommt, gehen wir! Gerda! Ja, das heißt veränderten Tistenklanzen. Das ist, wie wir haben, während die Schufaschmraktik zu Ende. Alles mit den St beeswlands spe jaw�. Ich würde das Schufaschmraktik zu Ende. Wir clothieren alle ihn sieben. Sehr gut für diese Schufaschm��. Yea, ich bin ein St. majorgestellt. Ja, ich bin ein Worte für coataide. Neues jetzt kommt die Schufaschmacht. Just wird dasvit. Musik 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 bei uns im Bezirk durchnominiert, aber wir nominieren eine Faschingsgilde, und zwar den Bambanzug der Kierigdorfbahn Faschingsgilde. Freitags dürften wir nominieren eine Gruppe aus Döme kommen, und zwar die Schweinthaxen, und dritten, das darf der Bernhard sagen, die haben schon, okay, und die heißen, die Blechhirschen, das sind unsere drei Nominierungen, und wir sagen einen schönen Dank, wir werden ja auch noch, dass Sie uns nominiert haben, und verabschieden Sie mit einem drei Punkt, Fagitti! Hoorah! Fagitti! Hoorah! Fagitti!